Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt wieder ein paar Informationen zum neuen Mittwochsupdate. Und ihr seht schon, ich bin hier gerade im Mondsicheldorf. Und zwar gibt es eine neue Rasse in Jorvik und das sind die Araber Pintos. Es gibt sie in drei verschiedenen Farben. Einer steht hier, wie man schon sehen kann, im Mondsicheldorf. Einer in Fort Pinta und einer am Silverclade Pädelsportcenter bei dem Weingut. Könnt ihr hier schon sehen, das sind alles drei Schecken. Die kosten alle 969 Star Coins. Und um sie kaufen zu können, muss man Level 11 sein. Außerdem gibt es hier in Moorland beim Bonusshop ein neues Top bzw. ein neues Oberteil für all die Spieler, die lebenslang Star Rider geworden sind. Und die arabischen Vollblüter, die vor einer Weile rausgekommen sind, haben eine neue Animation bekommen, die ich leider euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich keinen Nachhaber habe. Aber wer einen hat, kann sich das ja gerne mal anschauen. Und mit dem Herbst gibt es auch einen schönen neuen Ladebildschirm im Herbst-Look. Und außerdem gibt es den Pferdemarkt in dieser Woche bei der Jorvik Stall Arena. Star Stable Game News gibt es natürlich auch wieder. Und das war es dann auch schon für diese Woche, für dieses Update. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit für alle, die sich einen Arabepinto zulegen und kaufen werden. Ich überlege mir das mal noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.